Wie haben denn deine Kinder reagiert, als sie diesen Song zum ersten Mal gehört haben? Ich habe geweiht. Du hast es ihnen wo vorgespielt? Oh Gott, ich will mal kurz... Ja, frag lieber jemand anders irgendwas. Ich kann niemand anders so richtig fragen, weil ich glaube alle haben hier mit den Tränen gekämpft. Okay. Also da müssen wir jetzt zusammen durch. Aber pass auf, dann sage ich was, was vielleicht ein bisschen heiterer klingt. Ich hatte ja schon... Bloß nicht, jetzt will ich auch noch streicheln. Ich hatte ja... Oh Gott, ich habe es bei Probe schon nicht geschafft heute. Das ist das erste Mal, dass ich so... Ich habe mit meinen Kindern gehört im Auto. Wir hören immer im Auto Musik, wenn ich sie irgendwo hinbringe oder wenn wir von der Schule nach Hause fahren. Und der Song lief, weil ich das abnehmen musste, den Mix. Und als sie einstieg, habe ich ihn ganz schnell leise gedreht. Und dann waren sie darauf bestanden, den zu hören, weil sie immer alles hören wollen, um vorbereitet zu sein. Und wie alt sind die? Zwischen 15 und 2. 15, 13 und 7 und 2. Und wir haben dann alle eine Runde zusammen geweint. Ich habe gesagt, ich möchte den jetzt nicht spielen, wir haben gerade so gute Stimmung. Und dann doch bitte, mach ihn jetzt an. Und dann habe ich ihn angemacht und dann haben wir hinterher alle ganz ruhig so... Aber es ist ja halt so.